Was erwartet Sie in diesem Video? In diesem Video beschäftigen wir uns mit Differenzialgleichungen. Was ist das eigentlich, eine Differenzialgleichung? Naja, Sie wissen, was eine Gleichung ist. Hier sind drei Beispiele. Sie wissen, was man da üblicherweise tut, nämlich Lösungen suchen. Das kann man entweder mit Raten machen oder man wendet eine Lösungstechnik an. In diesem Video beschäftigen wir uns jetzt nicht mit Gleichungen, sondern mit Differenzialgleichungen. Aber die haben den gleichen Charakter. Es steht eine Gleichung da und jetzt sucht man etwas, was diese Gleichung löst. Und wir werden es tatsächlich in diesem Video mit der Probe, also mit Raten und der Probe machen. Und dann glaube ich, dass Sie ein ganz gutes Verständnis aufbauen, was eine Differenzialgleichung ist. Ein gutes Verständnis von der mathematischen Seite. In einem späteren Video schauen wir uns dann eine Anwendung an, woher so eine Differenzialgleichung kommt. Das ist natürlich auch eine Frage, die man hat. Aber die beantworten wir dann in einem späteren Video. Also, dann haben wir hier eben eine Differenzialgleichung. Die gibt es in zwei Formen, in einer Kurz- und Langform. Und dann gibt es verschiedene Ideen, wie man diese Differenzialgleichung lösen könnte. Und die probieren wir dann einfach aus. Dann haben wir hier noch weitere Beispiele. Beispiel 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Und wieder probieren wir durch Raten Lösungen zu finden. Und dann schauen wir mal, ob wir erfolgreich sind. So, fangen wir an. Was ist eine Differenzialgleichung? Also, zunächst mal sprechen wir nicht über eine Differenzialgleichung, sondern über eine Gleichung. Was sind Gleichungen, wie wir sie kennen? Naja, ich habe Ihnen da drei Beispiele mitgebracht. Das erste ist 3x plus 5 gleich 14. Die zweite Gleichung eine quadratische Gleichung. Und die dritte Gleichung eine mit einem Wurzelzeichen. Und jetzt ist eben was oft die Frage. Naja, man hat die Gleichung, die kommt aus irgendeinem Sachzusammenhang. Und jetzt sucht man die x, für die die Gleichung aufgeht. Also, versuchen Sie doch mal zu lösen. Also hier vielleicht tatsächlich durch Raten. Naja, 3x plus 5 geht auf 14. Dann wird es wohl x gleich 3 sein. Ja, 3 mal 3 ist 9 und 5 dazu ist 14. Alternativ haben Sie was gemacht? Alternativ haben Sie eben beide Seiten minus 5. Dann stand da 3x gleich 9. Und dann haben Sie beide Seiten durch 3 geteilt. Und dann stand da eben x gleich 3. Also, zunächst haben wir die Lösung geraten. Aber hier gibt es natürlich auch eine systematische Lösungstechnik. Jetzt, wie sieht es hier aus? Naja, wenn Sie raten, probieren Sie es mal mit 0. Wenn man 0 einsetzt, kommt auf der linken Seite 2 raus. Also, das ist nicht 0. 2 ist nicht 0. Also, das ist keine Lösung. Naja, was können wir dann raten als nächstes? Naja, versuchen wir halt mal die 1. Okay, 2 mal 1 Quadrat minus 5 mal 1 plus 2 gibt eine minus 1. Wenn man die x gleich 1 einsetzt, gibt es also ein Ergebnis auf der linken Seite. Die minus 1 ist also auch keine Lösung. Naja, dann probieren wir es mal mit 2. 2 Quadrat 4, 8 minus 10 plus 2. Jawohl, das passt. Die x gleich 2 ist tatsächlich eine Lösung. Aber gut, jetzt wissen Sie wahrscheinlich, da gibt es 2 Lösungen dann und die zweite wird schwierig zu raten. Das ist nämlich x gleich 1 halb, wie man herausfindet, wenn man eine Lösungstechnik anwendet, die hier zur Verfügung steht. Nämlich die Mitternachtsformel, die ABC-Formel. So, im dritten Beispiel, da unten hier geht es eigentlich auch einfach. Naja, wenn die Wurzel aus x plus 2 25 ist, dann brauchen wir unter der Wurzel eine 625. Eine 625 x plus 2 600, also x gleich 623 wäre das dann. Also, okay, war jetzt eine große Zahl. Und alternativ eben beide Seiten quadrieren, beide Seiten minus 2. Und dann beim Quadrieren muss man aber noch eine Probe machen. Also gut, das ist die Lösungstechnik. Wenn man die anwendet, findet man die Lösung eben. Also, eine andere Möglichkeit ist aber das Raten. Und dann kann man per Probe eben, wenn man was sagt, oh, ich glaube vielleicht die Null ist eine Lösung, kann man ja ausprobieren, ob es stimmt. So, und natürlich sind wir meistens so getrimmt alle zusammen, dass wir doch nicht raten wollen. Dann gibt es halt irgendeine Lösungstechnik, die muss ich halt können. Und dann, wenn ich sie kann, dann kriege ich alle Punkte. Und wenn ich sie nicht kann, naja, dann wird der Dozent wohl mir keinen Punkt fürs Raten geben. So sind wir irgendwie getrimmt. Aber jetzt tun Sie mal die Klausursituation ein bisschen zur Seite legen. Also, wenn Sie jetzt eben versuchen, immer eine Lösungstechnik anzuwenden, dann ist ja die nächste Frage, gibt es eigentlich immer eine? Und die Antwort lautet zu Ihrer Überraschung womöglich. Nee, das stimmt eigentlich gar nicht. Ja, also Sie sind eben trainiert worden, Lösungstechniken zu verwenden. Und dann fragt der Dozent nur die Fragen, wo die Lösungstechnik auch zum Erfolg führt. Aber versuchen Sie doch mal hier die Lösung zu finden von der Gleichung. Ich glaube nicht, dass Sie es schaffen. Egal, ob Sie Logarithmus machen oder durch x teilen oder so. Wenn Sie es richtig machen, werden Sie nicht am Schluss die Gleichung umformen können. x gleich und dann steht da halt irgendwas. Das wird Ihnen nicht gelingen. Wenn Sie x gleich 0 probieren, dann kommt hier auf der linken Seite 0 raus. Wenn Sie x gleich 1 probieren, kommt einmal e raus, also 2,7. Also, wenn man 0 einsetzt, kommt 0 raus. Wenn man 1 einsetzt, kommt 2,7 raus. Na ja, dann wahrscheinlich in x zwischen 0 und 1 wird es lösen. Aber welches eigentlich? Genau, das wird aber schwierig mit den Rechentechniken. Und genauso hier. Was ist der Charakter dieser beiden schwierigen Gleichungen? Und dass die unbekannte 2 mal in der Gleichung auftaucht. Oben hatten wir eine Gleichung. x Quadrat, 2x Quadrat, irgendwas. Die quadratische halt. Da gibt es ja das x 2 mal in der Gleichung. Und da geht es ja trotzdem, weil es die ABC-Formel gibt. Aber es gibt nicht für jede Situation, in der es 2x gibt, irgendeine ABC-Formel. Leider nicht. Und deshalb die meisten von dem Typ 2 mal das x in der Gleichung sind gar nicht lösbar. So, wir gehen jetzt aber weg von den Gleichungen. Wir kommen jetzt zu den Differenzialgleichungen. Differenzialgleichungen, also Differenzialableitungs. Also Gleichungen, in denen Ableitungen vorkommen. Also schauen wir uns mal unser allererstes Beispiel an. Die allererste Differenzialgleichung. In der Kurzschreibweise, so wird es gerne hingeschrieben. y' gleich y. Gemeint ist die Ableitung der Funktion y. Wird dann irgendwie verglichen mit der Funktion y. Die soll gleich sein. Man lässt es von x gerne weg. Ja, ist aber, als Student habe ich es gar nicht gemacht. Ich habe es immer so ein Wort hingeschrieben. Wenn der Dozent links das hier hingeschrieben hat, dann ist in meinem Heft diese Variante gelandet. Dürfen Sie gerne auch so machen. Wird aber später auch noch mal geschickt sein, manchmal das x wegzulassen. Also vielleicht schreiben Sie es erst mal hin. Aber machen Sie sich mal darauf gefasst, dass Sie sich auch an das ohne x gewöhnen dürfen. Jetzt suchen wir eine Funktion. Für die gilt, wenn man sie ableitet, kommt die Funktion selbst raus. Und wenn ich jetzt in einem Raum bin mit echten Studenten, dann sage ich, okay, schlagen Sie doch mal irgendwas vor. Muss nicht richtig sein. Ein Vorschlag, der Ihnen erstmal so ein bisschen plausibel vorkommt. Also, wenn ich Glück habe, meldet sich jemand und dann schlägt er womöglich vor, y von x gleich x. Das ist eine Funktion. Diese Funktion, wenn man sie zeichnet, sieht so aus. Und jetzt kann man mal gucken, ob diese Funktion hier oben diese Differenzialgleichung aufgehen lässt. Wie macht man das? Na ja, wir brauchen halt die Ableitung. Also, x abgeleitet gibt 1. Und jetzt müssen wir halt vergleichen. y' mit y. Das ist ja die Differenzialgleichung. Jetzt gucken wir, ob das mit diesem Vorschlag passt oder nicht. Und dann sehen wir, na ja, die Ableitung ist die 1, also die Konstant 1-Funktion. Die Funktion ist x. Und die Konstant 1-Funktion ist nicht die x-Funktion, also die winkelhalbierende Funktion. Und deshalb ist es eben keine Lösung der Differenzialgleichung. Der Vorschlag war okay. Muss nicht jeder Vorschlag gleich im ersten Anlauf richtig sein. Aber er hat sich als falscher wissen. Zweiter Vorschlag. Vielleicht meldet sich jemand, und der wollte sich schon vorher melden, und dann habe ich ihn nicht drangenommen. Der sagt e hoch x, Herr Gaukel, e hoch x. Also gut, probieren wir es aus. Wenn wir ableiten, e hoch x gibt es e hoch x. Und ist das jetzt eine Lösung? Gilt jetzt y' gleich y? Na ja, y' ist e hoch x. y von x ist auch e hoch x. Dann sind ja die beiden gleich. Das heißt, das ist kein Fragezeichen, sondern das ist ein Jawohl, das ist so. Und damit haben wir die Situation, ja, es ist eine Lösung. Wir haben eine Lösung gefunden. Die Lösung ist jetzt eine Funktion. Die Funktion kann man dann auch zeichnen, wenn man möchte. Jetzt die nächste Frage. Gibt es vielleicht noch weitere Lösungen? Vorher bei den quadratischen Gleichungen gab es ja auch zwei Lösungen. Wir wollen ja nicht nur eine finden, sondern wir wollen ja dann eigentlich alle finden. Also dritte Idee. Jemand sagt fünfmal e hoch x. Die Idee, wenn ich im Raum bin mit Studenten, die kommt gar nicht mal so schnell oft. Also wenn wir die Idee ausprobieren, dann ist tatsächlich die Ableitung, die Konstante geht ja einfach mit und dann ist die Ableitung tatsächlich gleich der Funktion. Also haben wir noch eine Lösung gefunden und das haben wir halt hier eingezeichnet. Also hier oben die e hoch x Funktion hatten wir vorher. Ja, vorher die Funktion. Und jetzt haben wir aber noch eine zweite Lösungsfunktion gefunden. Und wunderbar. Jetzt nächste Idee. Gibt es noch eine Lösung? Also jetzt glaube ich, würden fast alle im Raum sich melden und sagen, ja, sieben mal e hoch x. Und die Cleveren sagen, naja, nehmen Sie halt irgendeine Zahl, suchen Sie aus, sieben, elf, dreizehn, minus zwölf. Und das als Vorfaktor funktioniert dann auch. Und deshalb haben wir allgemein eben hier diese Funktion. Such dir irgendeine Zahl aus, irgendeinen Vorfaktor, egal wie du aussuchst, es ist eine Lösung. Und der Mathematiker sagt dann, die allgemeine Lösung wird man noch genau kennenlernen, was damit gemeint ist. Aber ich sage es Ihnen schon mal, also die allgemeine Lösung heißt, hier stehen sie alle und darüber hinaus gibt es keine Lösungen. Also genau die Funktionen dieser Bauart und sonst keine, das bedeutet die allgemeine Lösung. Okay, also jetzt haben wir schon unendlich viele Lösungen gefunden und ich behaupte, es gibt keine weiteren. Wenn Sie noch eine Funktion finden, die ebenfalls Lösung dieser Gleichung ist, aber nicht von dieser Form k mal e hoch x, dann lade ich Sie zum Essen ein und Sie dürfen die Location aussuchen. Okay, ja, manchmal habe ich Glück und es meldet sich jemand und sagt, Herr Gaukel, ich würde gern essen gehen. Zunächst mal zeichne das nochmal ein, die ganze Lösung schaue. Also ich würde gern mit Ihnen essen gehen. Ich habe nämlich eine Idee. Die Funktion y von x gleich 0. Sie sind vielleicht gewohnt zwei Striche, das ist auch nicht falsch, aber wenn man einen dritten Strich macht, dann meint man, okay, also die Funktion, die immer, immer, immer 0 ist, immer, 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 machen wir drei Gleichheitsstriche. Und wenn Sie die ableiten, Herr Gaukel, dann kommt ja auch 0 raus und das bedeutet, dass die Differenzialgleichung y' gleich y erfüllt ist, oder? Tja, jetzt muss ich es zum Essen einladen oder nicht? Nein, muss ich nicht. Warum? Ich habe hier oben gesagt, k irgendeine reelle Zahl und 0 ist auch eine. Also 0 mal e hoch x ist ja auch eine Lösungsfunktion, habe ich ja oben gesagt und das ist eben die Konstant-Null-Funktion. Die Konstant-Null-Funktion hat sich ganz gut versteckt hier. Man sieht sie gar nicht auf den ersten Blick, aber sie ist ja mit ausgedrückt und damit ist es leider keine Essenseinladung. Okay? Dann vielleicht eine sechste Idee. Sie wollen unbedingt den Preis gewinnen. Ja, eine Studentin meldet sich vielleicht, sagt, ich habe eine Idee, Herr Gaukel. Dann sage ich immer, okay, also das mit der Location und Aussuchen und so weiter, wenn Sie als Studentin jetzt erfolgreich sind, dann bestehe ich darauf, dass Sie noch jemanden mitnehmen, eine dritte Person, weil sonst meine Frau, falls es zum Essen kommen sollte, ein bisschen misstrauisch wird und es ziemlich schwer zu erklären ist, wenn ich sage, ich gehe mit der Studentin essen. Und noch dümmer, wenn die Location, die Sie ausgesucht haben, New York ist, dann, naja, also der weiß ja nicht, ob ich das erklären kann. Also dann bestehe ich darauf. Also die Studentin sagt, Herr Gaukel, ich hätte gern den Preis e hoch x minus 2 und die Funktion abgeleitet gibt ja äußere Ableitung e hoch x minus 2, innere Ableitung 1, also y' ist tatsächlich e hoch x minus 2, y von x ist das gleiche wie y' von x, also ist das eine Lösung. Herr Gaukel, wie sieht es aus? Diese Funktion hier, naja, Sie haben gesagt, das hier sind alle Lösungen, ich habe aber noch eine weitere. Naja, leider muss ich Sie enttäuschen, es ist gar keine neue. Sagen Sie sowieso, ich sehe das doch, ja, aber, wissen Sie was, aber wissen Sie was, es ist keine neue Lösung, leider nicht. Wie soll ich es Ihnen erklären? Naja, ganz einfach, wenn Sie eben e hoch x minus 2 haben, dann können Sie es umschreiben, ja, die Rechenregeln für e hoch x, dann können Sie schreiben, e hoch x mal e hoch minus 2 und e hoch minus 2 ist eine Zahl, können Sie Ihren Taschenrechner fragen, der verrät Sie 0,13534. Das heißt, die Funktion, die Sie mir hingeschrieben haben, ist die Funktion 0,13534 mal e hoch x und damit auch eine Funktion der obigen Bauart. Sie haben ja also keine neue Funktion diktiert, also das mit der Essenseinladung, ja, wird jetzt nichts, Sie können ja weiter probieren, aber, naja. Also, weiter geht's, dann eine neue Differenzialgleichung, y' gleich 3y, ich habe noch den Faktor 3 reingebracht, also raten Sie mal eine Lösung, vielleicht ist gleich der erste Anlauf richtig, vielleicht auch nicht, also was schlagen Sie vor? Zunächst mal, vielleicht wollen Sie es in der Langfassung, okay, also machen wir das auch noch, was ist der Vorschlag, wie wäre es mit e hoch 3x, naja, wenn man es prüft, die Ableitung ist innere Ableitung 3, äußere Ableitung e hoch 3x, also Ableitung y' ist eben hier, das da, und jetzt müssen wir eben vergleichen, ist y' das gleiche wie 3 mal y, ja, also überprüfen wir das hier, y' ist 3 mal e hoch 3x, und 3 mal y ist ja 3 mal das hier, also das hier, und jetzt vergleichen wir, jawohl, alles richtig, also tatsächlich, erster Anlauf diesmal, wir haben eine Lösung gefunden, jetzt zweite Idee, vielleicht gibt es weitere Lösungen, naja, sagen Sie, machen wir das doch von vorher, 5 mal e hoch 3x, oder 7 mal e hoch 3x, geht doch auch, also wenn man das dann ableitet, dann stellen Sie fest, wie Sie hier sehen können, jawohl, passt, und jetzt kommt wieder von mir, der, äh, die Feststellung, das ist die allgemeine Lösung, wenn Sie noch eine weitere Funktion finden, dann ist sie von dieser Bauart, äh, falls Sie doch noch eine finden, werden Sie von mir zum Essen eingeladen, aber, ich fürchte, sie, äh, wird nicht eingeladen, weil das eben wirklich die allgemeine Lösung ist. Drittes Beispiel, ich suche eine Funktion, deren Ableitung hier, das gleiche ist, wie wenn man die Originalfunktion nimmt, und mal 3x plus 2 multipliziert. Also, jetzt wird es spannend, ob Sie hier in der Lage sind, zu raten, erfolgreich zu raten. Also, was ist Ihr Vorschlag? Vielleicht schlagen Sie vor, diese raffinierte Funktion, ja, Sie sagen sich, naja, innere Ableitung mal äußere Ableitung, i hoch, äußere Ableitung ist die Funktion selber, aber innere Ableitung, naja, dann tricksen wir da was hin. Also, i hoch 3 halbe x Quadrat plus 2x, ja, ist der Vorschlag, machen wir die Probe. y Strich ist gleich äußere Ableitung mal innere Ableitung, naja, die innere Ableitung von 3 halbe x Quadrat plus 2x, ist ja 3 halbe mal 2x, 3 halbe mal 2x ist aber 3x, und dann die Ableitung, ja, das kommt ja von der inneren Ableitung noch dazu, plus 2, jawohl, also das ist die Ableitung y Strich, und jetzt ist in der Tat die Ableitung hier, ja, die haben wir ja hier, ist in der Tat das Gleiche wie das hier mal die Funktion, also haben wir Gleichheit, die passt, und wenn Sie noch ein K davor schreiben, ist das die allgemeine Lösung, unglaublich. Der Trick mit dem K, kleiner Hinweis, ist jetzt nicht so wichtig für dieses Video, ist aber nicht immer gültig, ja, also gewöhnt sich nicht zu sehr dran, da immer noch einen K-Faktor davor zu schreiben. Viertes Beispiel, y2 Strich gleich 3y minus y Strich, okay, y2 Strich, was schätzt das? Also das wäre jetzt eine Differenzialgleichung zweiter Ordnung, während die vorangegangenen Differenzialgleichungen allererster Ordnung waren, aber es ist halt auch eine Differenzialgleichung, ja, ist halt nicht nur ein x, sondern auch ein x Quadrat mit dabei, also gut, kann man so fragen. Und was ist die Antwort? Naja, was haben Sie für eine Idee? Versuchen Sie es doch mal selbst, ich würde sagen, Sie werden es nicht nach einer Minute rauskriegen, aber wenn Sie ehrgeizig sind, haben Sie eine gewisse Chance, es rauszukriegen, aber so richtig einfach ist es nicht. Mich reizt es immer, wenn Studenten dann im Raum sind, dann eben Vorschläge auszuprobieren, und dann kann man tatsächlich da hinkommen, dass man zum Schluss mit so ein bisschen eine Idee, und dann macht man die ein bisschen anders, und dann erkennt man ein System, wie man es allgemeiner probieren sollte, und so weiter. Und dann haben wir was hergeleitet, was wir später noch kennenlernen wollen. Das ist nämlich eine lineare Differenzialgleichung zweiter Ordnung, konstante Koeffizienten, da gibt es eine Lösungstechnik, und eigentlich kann man auf die Lösungstechnik sogar selber kommen. Aber gut, widerstehen wir jetzt mal dieser Versuchung. Beispiel 5, y2' gleich minus 16 mal y. Was ist Ihre Idee? Wenn ich das mache, habe ich es schon oft gemacht, dann kommt gerne die Idee, das ist eine sehr, sehr gute Idee, y von x gleich e hoch 4x, das muss ein guter Student sein, eine gute Studentin, die so eine Idee hat. Na ja, probieren wir aus, ob es stimmt. Wenn Sie zweimal ableiten, einmal abgeleitet, gibt es 4 mal e hoch 4x, nochmal abgeleitet, gibt es 16 mal e hoch 4x. Und jetzt, ist die Differenzialgleichung erfüllt, ist y2' das gleiche wie minus 16 mal y. Das Vorzeichen stimmt nicht, oder? y2' sollte minus 16 sein. Dann wäre es richtig, ist es aber nicht. Also, dann kommt die nächste Idee, meistens e hoch minus 4x. Ja, dummerweise ist dann aber das hier die zweite Ableitung und sie ist wieder nicht erfüllt. Also, die zwei Ideen waren schon mal nichts, aber vielleicht gibt es ja noch eine bessere Idee, probieren Sie es gerne selber. Ich verrate jetzt Ihnen mal die Lösung nicht. Ich verrate Ihnen aber mal, dass Sie es versuchen könnten, mit irgendwas mit Sinus und Kosinus. Also, vielleicht schaffen Sie es, wenn Sie es probieren und nicht ganz drauf kommen, fragen Sie gerne in der nächsten Vorlesung nach. So, dann sechste Differenzialgleichung y2' gleich minus 5 plus 2 mal y' und das quadriert. Boah, das ist hart. Ja, jetzt wird es ja echt wild. Ist eine Differenzialgleichung, die wir später lösen können, aber mit Raten wird es hier ganz, ganz schwierig. Also, wenn Sie die Differenzialgleichung durch Raten lösen können, würde ich Sie auch gern zum Essen einladen, aber das ist ein bisschen schwierig mit der Beweisführung, weil wir werden eine Lösungstechnik kennenlernen oder es ist eine Kombination von zwei Lösungstechniken, dann kann man die tatsächlich lösen. Das ist aber auch nicht so ganz offensichtlich und wie gesagt, mit Raten wird es echt kriminell. Ich glaube nicht, dass Sie das erraten. Nächste Differenzialgleichung. Diktieren Sie mir doch mal eine Differenzialgleichung und vielleicht sagen Sie, ja gut, also nehmen wir die, dann sage ich, gut, machen Sie das doch ein bisschen wilder. Dürft gerne auch ein bisschen wilder sein. Also sagen Sie, gut, Sinus von der ersten Ableitung ist ja dann eine Funktion, Minus Kosinus von der zweiten Ableitung ist ja auch eine Funktion, die kann man natürlich subtrahieren und dann Minus die Funktion quadriert und das soll dann gleich 0 geben, also konstant 0. Okay, jetzt wird es hart. Hier glaube ich nicht, dass Sie durch Raten eine Lösung finden und wissen Sie was, Sie finden auch mit keiner Lösungstechnik eine Lösung. Weder mit Raten noch mit irgendeiner Lösungstechnik. Sie haben keine Chance hier. Also, das waren unsere sieben Beispiele und ich hoffe, dass Sie wirklich mitgedacht haben, nicht nur zugehört, sondern mitgedacht haben, vielleicht auch mal gesagt haben selber, okay, ich habe vielleicht auch mal eine Idee, ich will es mal ausprobieren und so weiter. Und wenn Sie das gemacht haben, haben Sie tatsächlich jetzt ein Vertrauen zu den Differenzialgleichungen aufgebaut. Sie wissen nämlich jetzt, was eine Differenzialgleichung ist. Sie wissen noch nicht, woher das kommt, was der Sinn ist, warum es solche Differenzialgleichungen gibt und was man dann mit den Lösungen machen könnte. Ja, das haben wir nicht. Aber Sie kennen das Wesen einer Differenzialgleichung und das war der Inhalt dieses Videos. Was haben wir in diesem Video gemacht? Wir haben uns mit Differenzialgleichungen beschäftigt. Zunächst mal haben wir uns mit Gleichungen beschäftigt. Hier drei Beispiele kennengelernt oder nochmal aufgetischt bekommen. Und dann haben wir nochmal so ein bisschen rekapituliert, was dann eine Lösung ist, wie man die findet und so weiter. Also, jetzt gehen wir zu Differenzialgleichungen und hier steht eben die erste Differenzialgleichung Ihres Lebens, die man ein bisschen ausführlicher aus so schreiben kann. Und man sucht jetzt eben Funktionen, die die Differenzialgleichung aufgehen lassen. Im Moment sind wir beim Raten. Später werden wir Lösungstechniken kennenlernen. Aber, aber vielleicht klappt das ja auch nicht immer. Vielleicht gibt es nicht für jede Differenzialgleichung eine Lösungstechnik. Und halt für manche Typen von Differenzialgleichungen gibt es eine Lösungstechnik. Schauen Sie hier, wenn Sie hier ein Polynom vom Grad 5 hinschreiben, gibt es auch keine Formel. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber so ist es. Also, manchmal gibt es auch keine Lösungstechnik und man braucht die Numerik. So, dann eben hier weitere Beispiele. Und manchmal geht es eben nicht, haben wir hier hinten gesehen. Aber klar, der weitere Verlauf dieser Vorlesung, da werden wir eben einige Lösungstechniken kennenlernen für einige Typen von Differenzialgleichungen. Differenzialgleichungen, wie ich hier im Entsp Vielen Dank.